Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 7205 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich habe dieses Kleidungsstück schon lange nicht mehr getragen. Passt es heute zu meinem Outfit? Ich habe dieses Kleidungsstück schon lange nicht mehr getragen. Passt es heute zu meinem Outfit? Ich habe dieses Kleidungsstück schon lange nicht mehr getragen. Passt es heute zu meinem Outfit? Ein gesundes Frühstück ist nie langweilig. Jeden Tag kannst du verschiedene Produkte miteinander kombinieren. Ein gesundes Frühstück ist nie langweilig. Jeden Tag kannst du verschiedene Produkte miteinander kombinieren. Ein gesundes Frühstück ist nie langweilig. Jeden Tag kannst du verschiedene Produkte miteinander kombinieren. Marie ist schon wieder im Wasser und trainiert. Sie darf es auf keinen Fall übertreiben. Marie ist schon wieder im Wasser und trainiert. Marie ist schon wieder im Wasser und trainiert. Sie darf es auf keinen Fall übertreiben. Das sind ganz neue Ideen. Das könnte mir auch helfen. Ich muss es ausprobieren. Das sind ganz neue Ideen. Das könnte mir auch helfen. Ich muss es ausprobieren. Kuchen ist in vielen Ländern ein beliebtes Dessert. Kuchen ist in vielen Ländern ein beliebtes Dessert. Wo liegt das Problem? Setz dich zu mir auf die Bank und wir reden darüber. Ich kann Ihnen die gewünschten Informationen zeigen. Sie stehen auf der Rückseite der Verpackung. Ich kann Ihnen die gewünschten Informationen zeigen. Sie stehen auf der Rückseite der Verpackung. Ich kann Ihnen die gewünschten Informationen zeigen. Sie stehen auf der Rückseite der Verpackung. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das kann ich Ihnen nicht. Das ist ein Erd, das kann ich Ihnen. Das kann ich Ihnen. Das kann ich Ihnen. Wenn Sie ein wenigstens.